Hallo liebe Mitbürgerinnen, Mitbürger und alle, was da sonst noch rumräuscht und fleuscht hier in diesem Land, wo sowieso nichts funktioniert, aber das ist ja auch jetzt ein Jahr. Also ich freue mich, dass sie dabei sind, also es ist so, dass ich jetzt immer Montag, ab 3. Januar, kriege ich sie jeden Montag, also die Neuigkeiten von der Pandemie, so wie ich das in Harvard gelernt habe und dann machen wir das und ich freue mich, wenn sie dabei sind, damit sie immer auf einem neuen Zustand sind, damit sie immer mitkriegen müssen, was das ist, also der Gesundheitsminister informiert sich jetzt jeden Montag, ab 3. Januar auf YouTube und auf Facebook und Instagram und so weiter, ich freue mich, bis dann.